Da wo du hingehst sind nur Lieder ne? Hey ich hab doch schon 2 gekillt Hey ich hab aber schon 47 Warum so aggressiv? Ich werd gleich zum Hirsch Ich werd zum Biber Ich hasse Meteomon, die bringen so wenig XP 2 Stunden 1000 XP war ein bisschen zu viel für dich Du hast dich zu sehr dran gewöhnt Ja So Meteomon ist fertig Ab zu den Vicaralamon Was ist Vicaralamon? Vicaralamon Das ist dieses Dieses Elefantenteil Achso doch ich weiß schon Boah ich hab grad voll laut gefurzt Ne? Hat man das gehört? Echt? Nein hat man nicht Und das ist echt eklig Ich glaub deinen Witzen Aber irgendwie nicht Ja Witze sind jetzt auch nicht die Um sie zu glauben Sondern um darüber zu lachen Das seh ich anders Ja verpiss dich mal mit deinem Keine Ahnung Ganz ruhig Es sind genug Vicaralamon Für alle da Gleich müssen wir noch Zu Sabamon Zu Sabamon? Ja Zu Sabar Oh ich bin zurück digitiert Nein ich bin auch Ich bin auch Ich tue auch gleich zurück Vergeht gar nicht Aha 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 Ja dann mach du mal Achso Ja lass beide die jetzt schnell machen Ja lass wir beide Vicaralamon machen Weil wir müssen sowieso Danach beide Sabaleomon angreifen Weil wir davon Items sammeln müssen Luft Ist mir klar Hä was für Items müssen wir sammeln Was redest du? Hä wir müssen Sabaleomon data sammeln Zehn Stück Ja Sabaleomon Wirds mich heute Hä was das denn Ne ich hab's nicht gesehen Okay Hä wir müssen noch einen Vicaralamon killen Wohin? Hier sind noch Vicaralamon Ich hab ihn aber Ich hab ihn Ich hab ihn Seit wann gibt es Wir müssen übrigens noch 6 killen 6 Ja jetzt brauchen wir noch 5 Wir brauchen auch noch 15 Für die andere Mission Und seit wann gibt es hier Toiagumons? Ach da unten Oh Mann Das ist aber neu Was denn? Dass es hier Toiagumon gibt Das wusste ich gar nicht So hässlich Jetzt weißt du Wo ich die ganzen Dings da her habe Die sehen Echt? Hast du hier gegen Toiagumon? Die greifen mir an? Die Ach Hä? Die sind aber keine Leader Warum sind die so aggressiv? Ich will eigentlich Toiagumon haben Ich find die irgendwie voll Echt jetzt? Echt jetzt? Toiagumon? Schau was gibt es in Toi Wargumon Wer das für dich Nein Das wäre ekelhaft Aber die haben keinen Bock auf dich Deswegen geh ich ja auch Ab zu den Zauberleumon Ah ich hab es zuerst gesehen Wer kriegt es als erstes? Ich lauf weiter Ich nehm die hinteren Du kannst hier vorne alle killen Mann du fettes Schwein Verpiss dich Ich seh nicht ob dein Item Meinst du mich? Nein Das wir gerade Aber auch nicht wo grad sagen Du hast es fast einfach zu weinen Ne? Ja Hab ich Wieso glaub ich Mir fehlt der Tausender Boost Soll ich dir denn einen geben? Ich hab noch zwei Ja gib Den hab ich nicht Selbst wenn ich würde dir nicht geben Hör auf mir Hoffnung zu machen Und hör auf so aggressiv gegen mich zu sein Du verletzt mich damit Ich hoffe das ist dir bewusst Hast du schon Items gefunden? Ja zwei Stück Läuft bei dir? Ja du nicht oder was? Wie viel M hast du? M? Äh 225 Was laufst du? Du hast doch gesagt wie viel M hab ich? 225 Was soll ich sonst sagen? Das sind keine Fantasiezahlen Hä das sind keine Fantasiezahlen Warum rechst du dich gleich auf du Diva? Du machst mich voll fertig heute Ich bin ein sehr sehr emotionaler Mensch Dämon Teufel Was auch immer Spargel Ey mag ich nicht Ich bin sehr emotionaler Spinat Und alle gleich Spinat Aber ich weiß gar nicht was ihr habt Spinat ist voll lecker Spinat ist richtig geil Ja Spinat ist richtig lecker Richtig mit schönem Ei Ja Mann Wie bei den Albanern Peter mit Spinat Oh geil Das sagt mir jetzt nichts Das musst du auch nicht Ich fahre einfach Standard Spinat mit lecker Ei Boah 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 Ich hab immer noch Hunger Weißt du und rede hier von Essen Ja dann Geh mal was essen Ja später Ich will erstmal hier ein bisschen Mission machen Wie viele Leon und Data hast du schon Sechs Ich hab erst fünf Ich hab nur zwei Mann Das war ein Witz mit sechs Achso Guck mal ich glaub dir Weil ich dir vertraue Ach du kannst dich mal Hä Einschalten Ja Ich glaube Von den jüngeren Leuten kennt das keine Sau mehr Muss auch nicht Ihr habt nichts verpasst Echt nicht Lustig oder cool war es wirklich nicht Die haben die Kinder voll damit beleidigt indirekt Im Grunde schon Du kannst dich mal Einschalten Deine Mutter Alter Übertreib jetzt nicht Ich hab doch nur gesagt Deine Mutter Dass du immer so Dass du immer so einen Auf aggressiv machen musst Weißt du Jetzt beruhige dich Meditiere etwas Nimm deine Medikamente Genau Also entweder Nimmst du zu wenig Medikamente Oder zu viel Aber irgendwas stimmt mit dir nicht Das Zeige ist Ich würde echt zum Psychologen oder so gehen Der würde mich locker voll ballern Mit irgendwelchen Medikamenten Wenn du mir davon die Hälfte abgibst Okay Dann bezahle ich dir die halbe Rechnung Des Psychiaters Also los Geh hin Nee Jetzt find ich irgendwie gar keine Sabaleo Mondata mehr Okay ich bin fertig Ich gib's ab Echt jetzt? Niemals Nein ich hab 5 Stück Gerade mal Ich hab 6 7 8 Nee leider nicht 9, 10, 11, 13, 14 Nein 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 Jetzt hab ich den Skill Aus meiner Leiste geschmissen Oh Das passiert mir so oft Ich weiß aber nicht warum Ja das passiert mir auch so oft Das passiert wenn man zu schnell drücken will Bist du noch da? Oh ja Nein Schade Um einen Spirit Digimon zu Behalten zu können Ich schwörst dir Um den zu lernen Brauchst du echt viel Geld Oder viel Essen Ja Ja Das ist wohl wahr Wieviel hast du jetzt? Ich hab immer noch nur 7 Eigentlich wollte ich nur das kaputte Eier aufheben Wieviel hast du? Äh warte Ist da noch einer drin gewesen? Ja 7 Ich finde einfach so wenig Ich hasse Sammelmissionen so sehr Was soll ich denn sagen? Ich erinnere mich noch dran An die Digi-Core Das war heftig ja Das war sehr Amüsant Für die Zuschauer Hast du wieviel hast du jetzt? Immer noch 7 Bei mir verliert gerade keiner irgendwas Boah Leute Ich finde nichts Ich brauche einen Salomon Was? Was für eine Schleichwerbung Ich finde nichts Ich brauche einen Salomon Das ist eben so So bringt man Leute dazu Sachen für einen zu besorgen Indem man die vorlabert Indem man so Es leicht in den Satz einflößt Salomon besorgen Jetzt blende ich hier auch die ganze Zeit So in Sekundentakt Kauft mir Salomon ein Also So als Schrift blende ich das die ganze Zeit ein So im Sekundentakt Und unterbewusst denken die Zuschauer dann Ich muss Blattbiss Ein Salomon besorgen Und dann Morgen hast du so viele Anfragen Hast du 10.000 Salamons Ja das ist doch gut Bist du immer noch bei 8? Ja ich habe 8 Ja Oder hast du mehr? Ne 8 Ich habe gerade den 8.000 bekommen Bist du schon fertig? Ja die ganze Zeit schon Oha Ich hasse dich Ich hasse dich einfach Ich brauche nur noch 2 Dann ist das erledigt Wenigstens kriege ich hier ein paar Bist Karten noch dazu Ja auch Prozente Aber eher Bist Karten So jetzt fehlt mir nur noch einer Nein Was? Hast du alle rausgeschmissen? Ja Das glaube ich dir jetzt aber nicht Doch ehrlich Ich habe heute Dings da was anderes weggeschmeißt Ich habe oft Da sind die weggeschmissen Nein das glaube ich dir nicht Doch ehrlich Dafür prankst du zu oft Nein Nein ehrlich jetzt Ich sprich prank dich nicht Ja dann musst du eben alle nochmal sammeln Ja ich weiß Was mache ich denn gerade Ich weiß nicht ob das jetzt echt ist oder fake Aber wenn es wirklich echt ist Dann hast du echt die Arschkarte gezogen Mist ich dachte ich wäre fertig Wie du mir nicht glaubst Ja seit Anfang dieses Let's Plays Machst du immer dieses Geprankt Und das ist echt nervig Weißt du wie du das gerade gesagt hast Wie denn? So geprankt So wie Nee Nee Man darf das nicht sagen Okay 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 Ich bin übrigens fertig Nee Ich bin fertig Ja cool ich brauche noch 10 Stück Erzähl doch nichts Bitte erzähl doch nichts Nein wirklich Oh Mann Jetzt darf ich echt auf dich warten Was ist denn falsch mit dir? Nein aber wirklich nicht Ich bin auch fertig Ich komme jetzt Ich wusste gerade noch Ich wusste es doch Denkst du ich hab's dir geglaubt Ich wusste es von Anfang an Dass du mich falsch hast Ja Weil ich dachte Weil ich sag ich schwör Nee was hab ich gesagt Du hast gesagt ich schwör Ja und Ja und hast deinen eigenen Schwur gebrochen Jetzt gehst du runter auf die Knie Und entschuldigst dich bei mir Das hat keiner gehört Was? Ja ich komme gleich Was soll das denn jetzt sein? Hast du Hunger oder so? Willst du wieder am Essen spielen? Dass du essen gehen kannst? Ja Wir sind am Aufnehmen Ja Das hört sich nicht immer an wie ein Mensch Das hört sich an wie so ein sterbendes Tier Das hört sich an wie so ein sterbendes verkrüppeltes Tier Ja Okay das ist nicht mal mehr ein Mensch Das ist nicht mal ein Tier Das kommt aus einer anderen Dimension Määäh Was? Das ist noch schneller Määäh Das ist ein Schaf Ich bin manchmal witzig Du bist nicht witzig Du bist nur voll verstört Ich bin voll verstrahlt Was soll das jetzt überhaupt sein Das ist immer noch ein Schaf, Mäh machst du Ich sag Mäh Ja, sag ich doch, Mäh Guck mal, jetzt müssen wir noch mal Leomond kill Ich geh erstmal zu Neodevimon Ja warte, wir müssen hier mit noch ganz vielen Leuten reden Wollen wir das nicht erstmal machen? Ja, ich geh doch dahin, der eine ist doch bei Neodevimon Siehst du, wir noch Mal warten müssen Ja, wollen wir nicht erstmal eine Pause machen Ja, mach Dann nicht Dann ziehen wir jetzt bis zum Ende der Aufnahme durch Okay, also bis heute Abend um 4 Uhr 6, wenn ich bitten darf Das Zeichen fürs Essen Ja, wenn du essen gehen willst, dann geh essen Okay Willst du jetzt mit allen reden oder erstmal hier den Neodevimon machen? Das hört sich echt eklig an Echt? Ja, bitte tu das nicht mehr Das war falsch Das war einfach falsch gerade Ja, hörst du jetzt bitte auf Das war aggressiv so So, letzte Neodevimon Hast du jetzt geschafft Jetzt können wir weitergehen Ne, ich muss noch reden Ja, ich weiß ja Weiter zum nächsten Redenpunkt Lass mich doch mal ein bisschen klaudern hier Nein! Hör auf mit fremden Personen zu quatschen Du gehörst mir Du kleine Schar Schar? Schlickspieß Schlickspieß, ja Ich bin ein Schlickspieß Scharschlickspieß Nein, ich hab Schlickspieß verstanden Ich bin jetzt ein Schlickspieß Alles klar Ich will ein Schlickspieß sein Du bist ein Toastbrot Ich bin ein Nice Girl Ja Nein, nein Schluss Ich beende die Aufnahme jetzt Jetzt hast du gleich selber ein Ohr Ne, hab ich nicht Ich denke an was ganz anderes Ne Ich geh erstmal Ich geh erstmal quatschen Ich rede mit fremden Personen über dich Mach das Mach das Okay, ich quatsch jetzt mit ihnen über dich Ich verbreite jetzt Gerüchte über dich Ey, du da Hast du schon gehört? Über Arjan? Ja, genau Und dann hat er Ja, unglaublich, oder? Erzähl das weiter Waaat? Alles klar Ich glaub, mein Spiel ist grad abgeschmiert Echt? Ich mach grad Zeitlupensprung Ich schaffe es Wo immer ich auch hier gerade hinlaufe Digga, du läufst von gegen wann? Bei mir Warte Stopp Hey, wie kann ich so weit laufen? Ich hält nicht mehr an Digga, das kann ich mir auch So, jetzt Ich hab keine Ahnung Forrest Ich hab keine Ahnung, was das war Forrest Gump So Jetzt helfe ich dir nochmal ein bisschen mit den Vicaralamon Weil du so langsam mit denen bist Achso, weil du selber das geschafft hast Ich bin grad in Zeitlupe bei mir Quer durch die Map gelaufen Ja, in Zeitlupe bist du auch, ey Geh doch schon mal quatschen Guck mal, wie langsam du bist Hä, was nervst du mich denn heute so? Mann, lass mich doch langsam sein Ich mach das in meinem eigenen Tempo Zick nicht und halt deinen Maul und arbeite jetzt Nein Du kannst mir hier gar nichts zu sagen Es ist mein Let's Play Irgendwann gibt es Leute Die nehmen sowas wirklich ernst, was wir hier machen Was? Dass wir so reden Auseinander? Ja Irgendwann gibt es Die denken, wir meinen das ernst Und diese Leute Haben recht Denn wir meinen das alles ernst Genau Iron Man Was? Iron Man? Iron Man Plus Wie kommst du jetzt auf Iron Man? Siehst du gleich dieses Sie ist ein Nice Girl Nein, Schluss Schrei nicht so und hör auf zu singen Hör auf, das ist GEMA geschützt Echt? Wahrscheinlich Ich verstehe das gar nicht mit diesem GEMA, MEMA und so Was ist das? GEMA ist Bestimmte Musiktitel Oder auch bestimmte Videos Videos sind Von den Machern Kontrolliert Sozusagen Okay Keine Ahnung Ich weiß nicht Wie soll man das erklären? Dass ein Lead von der GEMA geschützt ist Ich weiß nicht, wie man das erklären soll Wenn du erstmal auch Let's Plays machst Dann wirst du dich noch oft genug mit der GEMA auseinandersetzen müssen Glaub mir das Aber was ist Wenn ich keine Musik benutze? Es ist ja egal Du hast ja Musik in den Spielen Und das ist meistens auch GEMA geschützt Das heißt also Wenn jetzt diese Melodie von Digimon GEMA geschützt ist Ist ja nicht Und Digimon sagt Ja, aber wenn Und Digimon sagt Okay Er hat uns nicht gefragt Löscht seine Videos Ne, ne, ne Nehmen wir mal an die Melodie von Digimon wird GEMA geschützt Dann Entweder Auf Sie erlauben dein Video Aber du kannst keine Werbung auf dein Video schalten Sondern das wird von den Eigentümern der Musik Wird da Werbung geschaltet Oder wenn es ganz schlimm kommt Ist dein Video einfach Komplett gesperrt Niemand kann es sehen Das hatte ich zum Beispiel letztens Ich weiß nicht Die Folge müsste schon draußen sein Ähm Bei einer Folge Naruto Das war glaube ich Folge 16 Da war nicht die Musik Sondern ein Stück des Spiels Äh Urheberrecht geschützt Ich durfte dieses Nicht zeigen Es war komplett In In allen Ländern Ist es verboten Das öffentlich zu zeigen Keine Ahnung warum Und diese Szene musste ich rausschneiden Aus dem Video Das heißt Falls jemand Naruto Folge 16 sieht Und warum da ein Stück rausgeschnitten ist Das musste ich rausschneiden Äh Weil es Urheberrecht geschützt war Und das durfte ich nicht verwenden Es lag nicht nur an der Musik Nein es lag an dem ganzen Ausschnitt des Videos Jetzt müssen wir zusammen bei Leomon Ich weiß Ich bin schon auf dem Weg dahin Diesmal ist es egal Wer ihn killt Wir sind ja in der Party Diesmal müssen wir ihn ja nur töten Bist du schon da oder wo bist du Nee ich gebe die Mission gerade ab Achso Diesen Tier abzugeben Ja sag Sag das doch Hab ich doch gerade Kannst du ja hierhin warten Ja genau Du läufst ja auch immer voraus Ich weiß gar nicht was ich da sagen soll Ich schmeiß wegen dem Deum und den schaff ich auch wohl allein Boah wie viele neue Missionen es jetzt hier gibt Ich hasse Ölrefernerie langsam Nee ich muss ja Ich muss ja mindestens nah genug dran sein Damit ich den Kill auch bekomme Ja wo bist du denn jetzt Kill ihn noch nicht ich bin noch zu weit weg ich krieg den Kill nicht Okay Ich muss ihn erstmal finden Ja such ihn erstmal ich bin auf dem Weg So 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 Äh Was ist er denn? Findest du ihn nicht? Nein Also ich bin jetzt da Falls du ihn findest Dann greif ihn an Ja ich mach's Okay kommst du aber ins 10 Okay Jo das läckt gerade übertrieben hier drin Warum? Keine Ahnung Irgendwann hat es richtig heftig geleckt Bei mir ist glaube ich alles frisch am Start Nee hier ist wieder voll mit Spielern Hä hier sind gar keine Spieler Klar Ist ja auch egal Uns interessiert ja nicht diese kleinen Digimon hier Uns interessiert ja nur Sabaleomon Boah ich hab keinen Bock hier jetzt die ganze Zeit So rumzulaufen Voll langsam die Scheiße Alles ich hab ihn gefunden Ja ich auch Ich hab ihn vor dir gefunden Ich hab ihn vor dir gefunden Halt Ist dir jemand Okay Kurz wechseln So Ich bin jetzt auch mit dabei am Start Am Schüssel Die Düssel Am Schüssel So Du sagst ja gar nichts Guck mal wie ich ihn ganz alleine platt mache Ganz gut So hat er es verloren Wenn ja nimmst du es auf Ein Elecmon Ja was erwartest du Bei einem Sabaleomon kriegst du Elecmon Hey ich dachte ich krieg nen Weemon oder so Bei Sabaleomon Hey ja Alles klar Sonst geht es dir ganz gut ne Ich geh jetzt mal kurz offline ne Ja ich wollte sowieso jetzt ne Pause machen War eigentlich nur n Witz aber okay Dann machen wir halt ne Pause Ich muss dringend mal was essen hier Ich muss dringend mal was essen hier Deswegen wollte ich mich nur noch auf dieser Brücke hier in Sicherheit bringen Ja unser kleiner fetter Sackmann Ich bin Gamer Hallo wo willst du hin Achso du willst hier abbrechen? Ja willst du noch weitermachen? Ich dachte wir ziehen jetzt durch Bis heute Abend Hast du keinen Hunger? Nein Du hast bestimmt auch schon Du hast bestimmt schon was gegessen ne? Nein hab ich nicht Das ist so ich auch nicht Ich hab heute noch gar nichts gegessen Okay Ja gut Leute Dann machen wir mal kurz ne Pause Wir sehen uns gleich wieder Hoffentlich Und warum sieht man mich nicht? Ich steh in deinem Digimon drin Das gefällt mir nicht Lass das Jetzt seh ich nur die Füße deines Digimons Hä? Achso Patamon ist ein bisschen Ja alles klar Bei mir ruckelt es sowieso gerade Deswegen Ich muss leider erst auf Stinks digitieren Achso Das ist ja auch bei dir Ultra Ha Hier ist er aber größer Ja weil der auch allgemein an sich größer ist Ja okay komm jetzt Es ist aber mal Schluss hier Ja gut Leute Wir sehen uns gleich wieder Macht's gut Tschüss Bis Gleich Tschüss Ciao 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 возв